Wunderschön. Jetzt sind wir also in unserem Studentenwohnheimchen. Schon wieder ein Rachel Amber Poster. Das sind die Freundinnen von dir. Die bringen jetzt ihr die Towels. Kann ich da mit? Nee, lassen wir mal. Ist jetzt egal. So, was gibt es denn hier wieder alles zu durchforsten? Okay, die Schauer sind nicht zu betreten gerade eben. Kann ich den drücken? Nee. Nein, das machen wir mal nicht. Da ist mein Raum. Oh, Victoria. Give me a fucking break. Grandy? Kann ich da irgendwas machen? How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Hm. Ist auch besser so. Was haben die denn hier alle stehen? Warren should be all overbrook. They're perfect for each other. Oh. Was war denn das? War das wahrscheinlich irgendwas Gemeines, denk ich mal. Peace. Das war irgendwas Gemeines. Aber ich möchte erstmal sehen, was das war. So. Hat ja echt alles eine Konsequenz. Okay, das ist just mean and stupid. Boah. Okay. Will bang for Jesus. Shit. Okay, kommt da mal was anderes hin. Das ist gemein. Hä? Was ist denn jetzt los? Ich möchte mal nur so dafür sagen. Das ist die sogenannte T-Pose und die haben Figuren eigentlich, wenn sie im Bearbeitungsprogramm sind. Ähm. Oh nein. Ich hänge. Ich hänge. Ich hab irgendwas gemacht. Kann ich den jetzt bewinden und es vielleicht rückgängig machen? Scheiße. 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 Okay, ich muss nochmal neu starten. Das hängt hier. Max macht hier gerade die T-Pose und macht nichts anderes mehr. Ja. Mensch Mädchen. Echt. Also. So. Ich bin ja jetzt gerade... Hatte das Spiel irgendwie einen Fehler. Ich mach das jetzt aber trotzdem nochmal hier. Und ich hoffe, dass es nicht nochmal so einen Glitch gibt. Nein? Sehr gut. Ich bin nicht in der T-Pose geldet. Please leave me alone, asshole. Das ist sehr gut. Dann gehen wir mal in unseren Raum. Home sweet home. My favorite cocoon. Süß. Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. It's your special day. We love your mother and father. Eine Geburtstagskarte. I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. Ann slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Oh. It's not exactly pretty and pink, but no shits are given. I like my wardrobe. Ich mag auch, was du anhast. Wenn sie das gemalt hat, dann war das sehr gut. Ach, da kann ich ein bisschen Gitarre spielen. Es ist so eine schöne Gitarre. Ich muss es mehr spielen. Ja, dann mach das doch mal. Und ende bitte nicht wieder in der T-Pose. Das war unangebracht. Ach, genug entspannt, jetzt geht's weiter. Ja, ja, ja. Durchforsten wir noch ein bisschen das Zimmer. Ein Buch. I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. Ah. I should have every Bradbury book for myself. Das Buch, was auch schon im Tagebuch bestanden hat, was sie ausbilden hat von der Kate. Das ist ja die, die so traurig immer reinschaut und wir noch nicht wissen, warum. Wahrscheinlich, weil sie ein Porno-Video gedreht hat. Aber das möchte ich noch nicht so ganz glauben. Instant Film ist so damn hard to find and expensive now. But I can't help it. I'm analog, not digital. I haven't forgotten you little Lisa. Yet. Oh, dann gieß die mal. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Aber irgendwann hat sich eine Pflanze mit einem Panda. Warum hat denn das jetzt bitte eine Konsequenz im Spiel? Guck, da draußen spielen die Arschlöcher von vorhin. Das hat aber ganz schön viele Konsequenzen, was man hier alles so macht. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. Looks like Dana left me a little post-it note. Great, now I have to go get the flash drive from Dana's room. Here's my go-to source for instant photo inspiration. Philip Lorca de Corsha, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Was ist mit dem Laptop? There's my poor laptop begging me to check in. Also hat sie es, wie sie im Tagebuch geschrieben hat, geschafft, ihre Eltern dazu zu bringen, ihren Laptop zu kaufen. Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. Oh, okay. Also der Typ von vorhin hat mich ja gemalt. Geiles Profilbild übrigens. Und jetzt ist das hochgeladen worden. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Ja, und kamerageil ist sie auch sehr. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Warren, das war doch der Dunkelhäutige. Schreibt mit dem, vielleicht wird es ja auch ihr Freund. Muss man mal sehen. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont troll. I should hit the thrift store and pick up some dollar vinyl. Is that too hipster? I don't care. Music inspires me in my photography. Cartier-Bresson, Doineau, Hamilton, the greatest. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. Ahoy Captain, at least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Yeah. Oder is der vielleicht auch in sie verknallt? Man weiß es nicht. Hard to believe I'm 18. Do I look any older? Just more stressed. Ich finde, die sieht eher aus wie 16 oder 15. Ein Foto ohne Ton. Ich hoffe, sie geht nicht gleich wieder in die Tee-Pose. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Jetzt kann ich mich noch ein bisschen hinlegen. Habe ich denn schon alles soweit durchforstet? Da kann ich dann auch aufstehen. Oh, it feels so nice to just relax. This day has been so damn bizarre and it feels like it has gone on forever. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Or like Poe said, a dream within a dream. Ja, ja. Dann stehen wir wieder auf genug gechillt jetzt. Was ist denn das hier? Das haben wir noch nicht angeschaut. Kann ich auch nicht anschauen. So, was gibt es denn hier noch? So nichts mehr. Ich glaube, ich habe alles angeschaut. Die hat aber wenig Make-up. Dann gehen wir mal wieder raus. Zickenkrieg. Was ist denn los mit dir? Hey, Juliette. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Was hat sie gemacht? 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 Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Uh, why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Oh. Olsen? Juliette. Juliette Olsen. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliette Watson. Das ist sehr peinlich. Was spielen wir jetzt zurück? Hey, Juliette. Oh, yes, Max. Juliette Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. How do you know? How do you know? Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I'm not letting her out until she tells the truth. Dana's still a cheerleader at heart. Hmm. Was mache ich denn da jetzt? Muss ich da irgendwas machen? Leave me alone, Max. Get a clue. Zicke, ich hab dir grad zugehört. Oh, ich kann doch nicht einfach in den Raum da reingehen. Dior? Givenchy? You could pay for my tuition with that wardrobe. Those boots are made for walking runways. That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits within. I don't care what anybody says. That's one of the best sci-fi films ever made. Hm. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. Mhm. The Backward Totem. Spirit of the New Science. Oh, die kann doch da nicht einfach in den Zimmer rumstöbern. Ich hätte voll Schiss, dass sie reinkommt. Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Ah, okay. Sie hat also schon ihre Fotos zu diesem Wettbewerb hingeschickt. Sie hat eigentlich eine klassische Medium-Format Kamera mit einem gewissen Prime-Lens. Ich liebe dich, Victoria. Haha. Ja, ja. Neid. Nein, Officer. Ich bin nicht snooping. Ich bin nur von Victorias Cutting-Edge-Technik. Ist sie einen 3D-Printer für ihre Dorm-Room? Vielleicht werde ich ihren Posse sein. Oh je. Das ist ja wirklich unnötig. Was hat die eigentlich dafür Bilder hängen? Irgendwelchen Models? Ja. Sie sollten diese Serie Aluf nennen. Kalt und soulless. Kind of wie Victoria. Ja, ich verstehe das. Inter the Vortex Club. Nein. Okay, wenn ich eine expensive Jewelry habe, würde ich das sicher machen. Ja, Victoria hat das beste Retina-Screen-Laptop. Let me just check to see if she posted my picture. Na, ich guck erstmal das an. Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Vielleicht hat die ja auch was mit dem Verschwinden zu tun. Mark Jefferson. Victoria is a real Jefferson Groupie. Ah, okay. Da fehlt jetzt sogar die Kollektion von dem. Ist ja klar, dass sie so Arsch kriegt. Okay, hätte ich jetzt vorhin, wäre ich vorhin an der Treppe blöd zu ihr gewesen, hätte sie jetzt hier mein Foto gepostet. Das hat sie aber nicht. Ah, okay, da schreibt sie quasi das Gerücht, was sie jetzt über die andere verbreitet hat. Das ist quasi jetzt hier der Beleg, dass sie Victoria gelogen hat, sorry, gelügt hat. Und dann werden wir das jetzt mal ausdrucken, wenn das geht. Dann haben wir somit nämlich den Beweis für die, für das Mädchen, dass ihr Freund nicht... Ich muss schnell raus... Oh, hier hast du noch viele Fotos. Nein? Ich möchte erst das angucken. Okay, komm, ich lass es besser, weil ansonsten weiß die... Oh, ich kann ein Foto davon nehmen. Dann muss ich es machen. Oh, da weiß sie, dass ich in ihrem Raum war, das ist auch blöd. Gut. Ich guck mal kurz, was passiert, wenn ich es nicht tue. Ich glaub, dann kann ich davon nämlich auch ein Foto nehmen. Hmm, a pattern is emerging. So. Ah, okay, dann... Dann muss ich es machen. Weil ich brauch das Foto. Hab ich es jetzt gemacht, das Foto wahrscheinlich? Das ist mean, aber sie hat es gewonnen. Oder kann ich es zurückspulen? Hab das Foto schon? Das wäre natürlich... ...interessant... ...zu wissen. Jetzt gucken wir mal, ob man das Foto nämlich schon drin hat. Fotos... Ja, gut, weil dann können wir es nämlich lassen. Dann merkt die vielleicht gar nicht, dass wir da haben. Und hauen ab. Und hoffen, dass uns keiner gesehen hat. So, und jetzt... ...haben wir ja den Beweis. Und den können wir jetzt zeigen. Juliette, read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? But I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Ah, deswegen musste ich da ja auch rein. Genau. Almost done. Dana's still a cheerleader apart. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Hey, Dana. Seriously. Thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Victoria is not nice. I don't get it. She has everything. And to pull that prank on a friend? Just because they're in the Vortex Club doesn't mean they're BFFs. I'm in it and Victoria creeps me out. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. He's a good guy. A geek like me. You saw the files in his flash drive. Tons of crazy shit. Films I've never even heard of. And in a special folder called Max. Yeah, okay. I gotcha. Are you blushing? Go ahead and grab the flash drive whenever. Was? Der hat da Bilder von mir drauf? Einen extra Ordner? Das kann doch wohl nicht sein. Oh, wie ist er ausgegangen? Max, that's mine. Thank you. Ich wollte gerade sagen, das ist doch voll ansellend. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Kann ich das zurückspulen? Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. But I could rewind and make it up to her. So. Nichts passiert. Wir wissen es trotzdem. Soll ich den Laptop anglotzen? Aber das regt ihr doch bestimmt auch auf. Oh, Dana's Facebook wall is up and running. I shouldn't look. Of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends. It's so fascinating to get a peek into Dana's social media world. And yes, Max, so terribly wrong. So, dann lassen wir es oder sie mackert jetzt wieder? Nein, sie hat es nicht gemerkt. Dann nehmen wir mal den. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. Himmels Willen, was war denn das? Kann ich den jetzt nicht irgendwie angucken, den Stick? Ich möchte wissen, was da für Bilder von mir drauf sind. Das geht doch so nicht. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Mal gucken. Vielleicht kann ich den denn hier verwenden. Ah ja, super. Ja, aber den Ordner Max möchte ich schon mal gern schauen. Kann ich nicht? Mann. Mann, ich möchte doch da reinschauen. Mensch, geht nicht. Aber, also, das wäre mir scheißegal. Wenn da jetzt ein Stick wäre, wo ein Ordner mit meinem Namen drauf ist, dann würde ich da reinschauen. So, dann muss ich dem das jetzt geben. Ist dem sein Raum hier irgendwo? Ist dem sein Räumchen hier irgendwo oder muss ich raus? Taylor is a slave. Das wissen wir ja. Ist die Freundin von der Victoria. Ist das Victoria so oder gehe ich nicht nochmal rein? Ok, ich glaube, ich muss raus. Max's room. Victoria. Die ist gleich gegenüber von mir. Es geht ja gar nicht. Look. Na, was war das? Was ist hier? Auch nichts. Ok. Ok. Ach, da hätte ich sie jetzt warnen können. Au. Oh Mensch. Alyssa, move your head. If you insist, Max. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Interessiert die das überhaupt, dass ich ihr geholfen hab? Max, that was awesome. Thank you. That was close. Juck, assholes. If I was a member of the Vortex Club, they'd never pull that. Would you want to be a member? They're smart. We should hang out more. Now I have to finish this stupid book. Ja, gerne. Ich brauche ein paar Freunde. Was ist das jetzt hier mit dem Fenster? Oh. Na ja, muss da echt genau hingucken. Wer weiß, wie viele Fotos ich schon vergessen habe zu machen. Ja, das war der hier. Der war's. Voll die eingebildeten Leute. Ich würde da nicht studieren wollen. Ich wäre da voll gefrustet. Oh, was mache ich denn jetzt? Tue ich jetzt dazwischen springen oder mache ich ein Foto? Oh, die Arme. Ja, ich... Ich gehe glaube ich dazwischen. Würde ich im echten Leben wahrscheinlich nicht tun, weil ich mich nicht trauen würde, aber... Ich hatte ja die Macht über sie. Ich unterbreche das Ganze. Hey! Das ist offizial campus business. Excuse me. You shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey. Nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Oh, Max. That was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. Jiiiihihi. Bist du voll und zu immer. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Der ist eh schon hinter mir. Maybe I should rewind and mind my own business? Nein. Der mag mich eh schon nicht, weil ich diese Petition unterschrieben habe.